Wir haben hier auch die Nudeln ganz frisch an Bord für das Atlantis-Mediterat. Wir haben hier wirklich eine wundervolle Speisekarte, mittags und abends à la carte. Wenn wir mit Ihnen, es gibt immer zwei, fünf Gängemenüse zur Auswahl. Ich kann die beiden Menüse auch miteinander kombinieren. Also ich nehme die Vorspeise zum einen, zwischen die anderen die Hauptspeise doppelt. Wie man das möchte, so serviert das natürlich der Ober. Der Wein wird nachgereicht. Also es ist hier eine ganz tolle Art, hier die komplette Atlantik-Zuris. Also das, was wir erzählen, sind wir für alle drei Restaurants. Hier unterscheiden sich wirklich nur die Speisekarte.